So. Jinx, Call of Duty Gaming. Du machst vor 1.000 mehr Zuschauern 3 Kits und Flames wegen Soundbugs. Ah, Aiden spielt vor 6, kann Zuschauern machen mit Bodenwaffen 20 Kits. Also ich weiß jetzt nicht, ich hatte sogar zweimal reingeschickt. Glaube auch nicht, dass du meine Mom kennst, weiß nicht, was dir einfällt, du Hobbit. Bann mich ruhig für den Chat, bist trotzdem einfach der größte Schwasti. Kannst froh sein, dass du in deinem Kinderzimmer gefangen bist und nicht so viel rausgehst. Ach stimmt, du beschwerst ja, wenn du Erwachsenen Dinge tun musst du. Keck, sei froh, dass ich dich nicht auf der Straße treffe. Also das ist ein dicker Entbannungsantrag, oder? Der wird doch, also der wird ja sowas von entsperrt. VIP dann auch, oder? Das ist doch auch ein, also das ist doch VIP bei der gesamten Rassebande, oder? Chat, grün oder rote Karte? Was sagen wir? Chris hat fast 200.000 Follower-Chat. So, was haben wir denn hier? Ist der Kollege denn da noch am Start? Auch gesperrt? Ah, ich hab ihn schon gesperrt. Ich hab mich schon drum gekümmert. Ich wollte ihm einfach nochmal das doppelte Angebot reindrücken. Aber gut, dann hab ich mich da schon drum gekümmert. Äh, ablehnen. Ich höre da nur ein lautes Mimimi. Mimimi. Schon fair, oder? Ablehnung senden, liebe Grüße. Gut. Johannes. Das kann sich ja keiner anhören, das Gejammer. Ah, da war ich sauer, glaube ich. Ich hab den Lach-Emote vergessen. Das war nur Spaß. Es tut mir leid, kommt nichts mehr vor. Wollt den Lach-Emote direkt hinterher schicken. Da war es schon zu spät. Nicht so frech. Nicht so frech, wenn ich gerade sauer bin. Ah, das tut ein bisschen weh, glaube ich. Aber der kommt zurück, Chat, oder? Was sagt ihr? Er kommt zurück, oder? Da war ich, glaube ich, da war ich, glaube ich. Ich sag mal so, da war, da war ich ein bisschen angeknackst. Denke ich mal. Dafür gibt's ja Entbarnungsanträge. Der Kollege freut mich doch auch noch, oder? Das freut mich nicht mehr. Schade da. Schade da. Kein Follower mehr. Aber welcome back. Gut. Xnetwet. Gesperrt am 5. September 22. Brezi Christo Nutte. Ist ein Highlight-Video. Hallo, Phil. Insta-Story. Kann diese Nutte mal zu der Pointe kommen? Oh. 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 Da hat Floyd eine Story erzählt. Hi, Mods. In dieser Situation zu sein. Zuschauer war über 1000, habe die Ironie nicht ausgeschaltet. Floyd hat todeslang eine Story erzählt, wollte ein bisschen Spaß machen. Da Nutte doch die übliche Beleidigung der Rasselwand ist. Halte mich zukünftig zurück. Bei Aufheben Kuss auf die Stirn mit Anlauf. Nur, wenn ihr wollt. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir, was so die Shots gegenüber meinem Bruder Floyd angeht, dass da ein bisschen mehr jetzt durchgegriffen wird in letzter Zeit. Weil er ein bisschen Überhand genommen hat. Die eine oder andere Situation. Aber er hat sich entschuldigt. Ja. Er kommt wieder. Klare Geschichte, oder? Hat eine Chance verdient. Schießen gegen Floyd ist okay. Aber nur im Rahmen. Welcome. Heck. So. Jojo. Hab Frage da. Ich frage stellen. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Wenn jeder aus dem Chat so ein Turnier macht. Wenn jeder 1500 Euro zahlt. Und das 1000 machen. Kann man 1,556,7315. Hallo. Spiel in Warzone M60. Ist wirklich stark. Mats hat Jojo gesperrt. Hä? Wegen sowas wurde ich gebannt. Hm. Ah. Das Ding ist, er ist halt 2006 geboren Was machen wir, Chad? Es ist halt so ein nerviger Zuschauer. Wisst ihr, so ein 16, 16 mittlerweile, ja. Ja, aber Also, nee, den würde ich, ich schwöre Ich sage euch ehrlich, wenn der direkt nochmal so eine Nachricht reinschreibt Mir wird schlecht, wenn ich sowas lese. Ich kann das nicht. Also meine Rechtschreibung ist wirklich schon unter aller Sau, aber da kotze ich wirklich eisvoll. Ne, Matze Matze war in meinem Chat und hat den gesperrt. Ich habe es genau gesehen. Zweite Chance Man muss doch nicht alles im Chat behalten. Ja Denke ich mir auch. Ist halt eigentlich geschlossene Gesellschaft Jetzt sind Leute bei YouTube wieder sauer, wenn ich jemanden so Permabanne. Aber ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht Ne, komm. Wisst ihr, gutes Karma Schreib einfach nicht so eine Gülle Komm. Heute gutes Karma-Chat Ja, Sperre aufheben Der wird wahrscheinlich eh nie wieder reinschauen Aber Da muss er sich keinen neuen Account erstellen, wenn er irgendwann mal älter sein würde Alright? Skuris Armies am Start Skuris Armies am Start Brie, brie, brie Skuris Armies am Start Casino stream mit Theo Sei smart Skuris Armies am Start Stream mit Casino, mit Theo und sei smart Ey, Skuris ist der Beste Entbann mich, du Hater Schade da Kein Casino Casino mehr auf Twitch Ab dem 18.10. Ja, dann Doof Ne? Weitermachen Schüsseldorf Schade Chat, schade Schade Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Brüssel So Skuris Armies am Start Bonlood Schade Darf ich Werbung machen? Danke Sicher, dass ich Werbung für meinen TikTok-Kanal machen darf Ich will nichts brechen Floyd hat Punisher COD gesperrt Sorry, dass ich Werbung machen wollte Bro, wusste nicht, dass es bei jedem Streamer verboten ist Aber ist eigentlich auch logisch Hätte mehr drüber nachdenken müssen Ich war viel zu hype wegen dem Weltrekord Wollen wir doch mal sehen mit dem Weltrekord hier Okay Player not found Und jetzt müssen wir uns erstmal hier auch noch anschauen, Chat Ob der Kollege bei Floyd auch irgendwas reingeschrieben hat Weil, ihr wisst nicht Also das Ding ist halt Russell Bundle Connected, alright? Russell Bundle Represent Das wäre geil Äh, ja, wir sprechen gleich noch über die Casino-Thematik Okay, hier ist er nicht gesperrt Ja, guck mal Also ich glaube, Floyd hat ihn gesperrt wegen der Einwerbung Sind wir, Chat, sind wir Menschen zweiter Chance? Eins für ja Zwei für nein Drei für Christen Nutten Tock-Tick Was sagt ihr? Sind wir Menschen zweiter Chance? Eigentlich schon, oder? Eigentlich schon Sperre aufheben Keine Werbung Letzte Chance Annahme senden Komm Ich finde Arbeitsnummer war wichtig Blablabla Alles gut Dinkel da Deine Stirn sieht auf dem Bildschirm aus Wie Erfied landebar Was ich geschrieben habe, war echt unnötig Ich dachte, das wäre lustig War es aber Ich würde gerne wieder einen Chat darin Den da vielleicht sympathisch ist Hä, aber das war doch ein guter Call actually Beleidigt andere Leute Und macht viele andere Chats schlecht Ah, warte mal Da gehen wir nochmal kurz auf die Suche hier, Chat Da gehen wir nochmal kurz hier auf die Suche So, schauen wir doch mal Also für den Spruch würde ich natürlich entbannen Vier Teilmots hat er schon gefressen Oh 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 Ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl Dass die Amax back ist King Phil lass es Nifil der hässlichste King Phil kicken Sag mal Aha Hm Oh Mein Chat ist drüber Sorry Na hör mal Hey Äh Können wir bei Matze nochmal reinschauen Was machen wir damit, Chat? Was machen wir damit? Bei Matze ist aber auch noch normaler Zuschauer Schauen wir nochmal bei Floyd rein Auf der anderen Seite Kann halt auch gewesen sein Dass wir so gesagt haben Wen sollen wir aus der Rasselbande kicken Und dann schreibt er das Dann ist es halt auch wieder so Dann ist es wieder nicht ganz so schlimm Wisst du, was ich meine? Wenn 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 Den jetzt wieder entwand So wie die anderen Anfollow Ja der Spruch war lustig Aber Der war ja scheinbar Auch gemein in anderen Chats Weißt du Das ist ja was anderes Okay Gelbe oder rote Karte Chat Ich bin heute gutmütig Ich bin heute gutmütig Und Er hat hier Ein Kapper stehen gehabt Folgt er mir noch? Und er folgt mir noch Nee Der wird entsperrt Chat Komm Kitty richtig sauer 7.30 Uhr Okay Okay Nee Aber oder Kitty guck mal Papst hat hier wegen was anderes gebannt Ja ich glaube Papst hat das bei Chris im Chat gelesen Dass er geschrieben hat Also ich soll gekickt werden Aus der Rasselbande Warte mal 7.9. Guck mal Warte mal Wir checken das nochmal ganz kurz hier Wir checken das nochmal ganz kurz hier ab Hallo Kann ich das hier nicht reinziehen? Ach Digga Das ist so eine dumme Muggelkacke 27.7 27.7.22 Hat er das bei Chris reingeschrieben Und danach hat er aber nicht mehr über mich geschrieben Das heißt Bevor er bei mir gebannt wurde Hat er schon über mich gelästert Aber das war so Kingfee Lars ist nicht phil Der hässlichste Kingfee kicken Kannst du so fit sein am Morgen? Ich bin seit 4 Uhr wach Jetlag kicked Seid ihr so sauer Chat? Einfach Endo hat mir das zugetragen Aber wo denn noch? Also ich Das war das einzige Was ich jetzt gelesen habe Ist die Vielen Dank für den 4. Monat Wake up Ich küsse dein Herz Sehr sehr geil Und danke an Style Auf jeden 12. Monat Weiter weiter Das ist die Gang So Entschuldigung Chaos Klau Im 14. Monat Hoffe der Jetlag kneift Heute nicht zu hart Ins Fickmaul Kranke Grind Gruß und Kuss Geht zurück raus Vielen Dank Küsse dein Herz Leia Germany Im 8. Monat mit dabei Steps ist hat schon Bier ist lecker Ist nur im 3. Monat mit dabei Vielen Dank für den Support Leute Dankeschön Okay wir machen eine Abstimmung Wir machen eine Abstimmung Kitty Aber An die Front Oh An die Front 0 3 Dicker Ja ne komm Scheiß drauf Der Name Der Name war jetzt Zu viel Chat Fucking An die Front Junge Da weißt du aber auch Da weißt du aber wirklich Wo der Wo der Wo der Haken hängt Ey Ja komm Scheiß drauf An die Front Junge So Jens 1895 Ähm Peter No Kommt nach Chelsea Ich schreibe den Peter No Wie Floyd und Floyd ist seltsig Gordon Toy Muss bei Floyd Barschner stellen Der war drauf Wie Floyd auf Was ist er jetzt Für Floyd und Baylor Floyd ist auch immer Fanbar auf der Gamescom gewesen Hast du verdient den Schlaf Ich verstehe jetzt nicht Wieso Aber sollte so ein Scherz Entschuldige mich Natürlich dafür Das kommt nicht hervor Oh da war Floyd Sauer Chat Jens 895 Ist eigentlich Jetzt bin ich mal gespannt Was der bei Floyd geschrieben hat Chat Floyd war ja scheinbar Richtig sauer Das ist so ein Ding gewesen Irgendwie zwischen Ich weiß noch nicht warum Also es war auch irgendwie Gar nicht witzig Der Chat findet sowas Ist immer lustig Irgendwas wegen Floyd und Baylor Floyd hattest du was mit Baylor Nerv mit Baylor Themen nach dem Behandlungsantrag Trotzdem noch konsequent bei Phil auf dem Thema rumgehackt Ja Sperre aufheben Nerv einfach nicht damit Come back Ist jetzt kein Permaband-Chat Floyd, oder? Denke 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 Machen wir so Oder? Floyd war da ein bisschen sauer Zurecht Aber Zweite Chance Sonst ist das ja Wirklich ein aktiver Zuschauer Wie sieht's aus? Guck mal Erfolgt auch noch Alles gut Welcome back Annahme Senden Team DVK Bin Juli Ja sorry Hab nicht gekämmt Hab mich gefreut Dass es in meiner Lobby ist War nicht böse Mein Ich mach's dir Einfach hier Hier wie du bist Der beste Danke dass du 45 Minuten Time für mich Verwendet hast Hab nicht gekämmt So ein Stream-Sniper Scheinbar Oder? Irgendwie Geht der Bot Heute nicht Kann das sein? Schauen Hab ich hier noch Folgt nicht mehr Folgt nicht mehr Chat Moin Majesty Wie geht's dir? Was sehen meine Augen Moin Phil Wie geht's dir? Ich muss schon wieder Pudern Chat Wer bist du denn? Ich muss dich erst mal Pudern hier Weil meine Muggelstirn Schon wieder glänzt Und wir gehen gleich Rein in Warzone Moin Boi Wie geht's dir? Moin Sparti So Ja komm Brüssel Das ist so krass Anyway Freunde Das waren die Balance-Verträge Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst ein Like und ein Abo da Brüssel Tschüss Das war's Das war's Vielen Dank.